meine zeit ist nämlich auch nur begrenzt toll super flaschenlampe ich nenne das dinge halt schon wieder flaschenlampe was ist denn los mit mir jetzt sagt mir nicht dass du da nicht durchgehen kannst du pussi doch gott und wir sind wieder draußen prog the safe nethol das hat sie ja jetzt voll rentiert jetzt sind wir mehr im steiligen terrain oh 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 eine flair unknown location das ist eine flair konnten wir die flair mitnehmen bringt ja auch gar nichts sie leuchtet ja schon sie brennt schon rex ist also auch hier ich habe da hinten noch eine weitere flair gesehen ich möchte emily eigentlich gerne helfen also einen haben wir auf jeden fall verloren ich verstecke mich mal lieber weil mit dem t-rex fuckt man nicht rum ich höre trotzdem weiter ich höre trotzdem weiter sieht es hier weiter ich höre es es ist Ja, Typ, habt ihr wahrscheinlich was ganz anders gefunden hier, würde ich sagen. Weniger Pflanzen, mehr Dinos, hä? Also ist das so eine Art Jurassic Park, oder? Na, hoffentlich überrennt er uns jetzt nicht. Shane aber links. Äh, ja. Ja, wer ist der completely still, funktioniert dann vielleicht, wenn man irgendwo, wir laufen mal an der Wand. Ich mache, was er sagt. Ich bewege mich nicht. Diesmal sitzt man jetzt nicht so im Weg. Wir saßen nicht mehr jetzt gerade voll vor der Nase. Wie alles bebt und wackelt. Ich finde es auch schön, dass man halt für jeden sein eigenes Muster hat. Halt's Maul! Hätte ich jetzt rennen müssen? Okay. Die blöde Kuh, was funkt die uns an? Also wir müssen einmal hier sitzen bleiben und still sein. Und dann müssen wir wahrscheinlich rennen, sobald die Musik anfängt. Ich gehe mal stark davon aus. Ich gehe mal stark davon aus. Das muss die uns auch anfunken, die blöde Kuh. Ich renne! Von dem T-Rex wegzurennen bringt wahrscheinlich so viel wie gar nichts. Die freiwillig ist, wo kam der her? Upsi. Bin ich schon interessiert, was, 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 was sind in der Höhle? Der ist reingekommen! Der T-Rex ist eingebrochen! Aber ich wusste was, wie ich es gab, was, 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 Dino-Friedhof? Was haben sie denn hier gefunden? Na toll... Lol... Das ist genau dieselbe Route, die wir bekommen haben, bloß halt ein paar Jahre früher schon... Lol... Hey, Rexy! Okay, er hat unsere Freundin... Der culte Dinos! Wir sind jetzt auch einer von ihnen! Vielleicht sind wir die Dinos! Oakwood! Das war's? Na ja, gut... War's das? Ähm... Ja, das war Oakwood! Ich mach mal die Musik nur ein ganz kleines bisschen leiser... Einen Moment... Das Spiel geht natürlich in den Hintergrund... Noch nur, weil... Es sind halt Credits und so... Ja! Ähm... Für vier Euro? Halleluja! Das war echt ein gutes Spiel! Also... Das kann jederzeit Konkurrenz machen mit diesen ganzen rotzigen... Laufe durch ein Haus und... Irgendeine blöde Olle springt dich an und kreischt dir einmal ins Gesicht... Spiel für 15 Euro... Da kann das jederzeit mithalten! Das war... Wirklich gut gemacht, dieses Spiel! Ja... Doch! Also es kam jetzt so bei mir nie so dieses... Oh mein Gott, ich habe Angst... Auf wie in anderen Spielen! Ich hatte jetzt keine Angst! Ich hatte aber Spaß auf jeden Fall! Es war eine sehr gute Atmosphäre! Das Spiel hat auf jeden Fall gewusst... Wann setze ich meine Jumpscares? Wann lasse ich wen auftauchen? Die Gegner hatten verschiedene Mechaniken, das fand ich gut... Dass man bei den einen einfach... Slow and steady und bei denen jetzt ruhig halten wirklich... Ähm... Sehr, sehr gut! Also... Echt mal was komplett anderes als... Zombie, Geister... Komische Frauen... Kleine Mädchen, Puppen... Mal was komplett anderes! Für mich persönlich jetzt zwar nicht gruselig, aber richtig gut gemacht! Also danke für dieses Spiel! Ich werde das Link... Den Link in die Videobeschreibung hauen! Ähm... Ich bin bloß ein bisschen verwirrt, weil auf der Steam-Seite gab es... Äh... Also auf den Bildern... Da habe ich... Meine ich gesehen, dass man da eine Waffe in der Hand hatte! Deswegen habe ich eigentlich eher gedacht, dass es so ein bisschen mehr Survival geht... Aber es... Im Endeffekt... Select Devil! Im Endeffekt... Vor allen Dingen die Lodge! Die hat... Die hat gut reingehauen! Ähm... Die Kanäle... Das war jetzt... Ja... Also wie gesagt... Die... Die Lodge... Die war richtig... Weil da wurde richtig Spannung aufgebaut! Man hat die nur noch nicht... Ähm... Noch nicht gewusst! Da wurde zwar davor in dem Campingwagen von dem T-Rex attackiert, was ich auch sehr gut gemacht fand! Aber diese Lodge... Die war richtig... Gut, also... Gut, selber spielen lohnt sich jetzt so gesehen nicht mehr! Aber... Lasst mir gerne eure Meinung da! Ich fand das war jetzt ein... Seit langem ein richtig richtig gut Horrorspiel! Also das wirkliche Atmosphäre erzeugt hat! Und... Klar, man wurde dann gejagt! Aber nicht auf so eine dumme, stupide Art und Weise! Sondern halt... Ja... Vier Euro auf jeden Fall sehr gut aufgehoben! Nicht so wie bei... Diesen ganzen Haussimulatoren, sag ich mal! Na gut, dann... Beenden wir das Ganze auch schon wieder! Ich würde sagen... Wir sehen uns dann beim nächsten Spiel! Ich hab noch ein anderes! Das hat bisher noch nicht mit dem Installieren geklappt! Muss ich mal gucken, was da das Problem ist! Ähm... Aber... Ja... 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 Wir werden mal gucken! Und dann hoffentlich kommt ja dann wirklich bald... The Beast Inside raus! Und das haut dann eh richtig rein! Und bis dahin müssen wir uns mit dem zufrieden geben! Ich setz mich gleich hin und schnippel ein bisschen und dann... Guck mal weiter! Danke fürs Zusehen auf jeden Fall! Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal! Bis dahin! Habt Spaß! Und... Tschüss! 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 Tschüss!